hallo zusammen ich habe hier ein wohnmobil 8 4x4 m1 mit dem aufbau und ich habe ihren kühlschrank 1500er von wemo und der kühlt nicht fahrzeug ist neu oder ich denke vom letzten jahr oder kühlschrank ist vom letzten jahr und der kühlschrank kühlt nicht weil er kein kältemittel hat jetzt habe ich hier vorher kältemittel gefüllt 33 grad hat er im kühlschrank und 22 hat er bereits im tiefkühler plus 22 nach zwei minuten oder drei minuten und der herr bauer der hat hier eine leiste angeschraubt dass man ihn dann von der seite anschrauben dass diese leiste hier sieht vielleicht schlecht und ich habe hier und dann hier diese leiste hier drüben und hier steht ein zettel instruktionen bla bla ist fein englisch und nicht deutsch und ich kann das auch nicht deutsch hier drum herum darf man nicht rein bohren also hier acht cm rum laufen die rahmen heizungen für den tiefkühler und ich habe war mit dem leck such gerät gerochen ich finde hier ein bisschen kältemittel drin und hier dasselbe diese leiste ich vermute eines dieser löcher aber das kann ich hier nicht im wohnmobil reparieren von der belüftung her ich habe oben ab luft und unten zwei lüfter das müsste reichen aber wir haben jetzt momentan draußen ich sage mal ganz 34 outdoor temperatur steht hier schön 40 grad aber da brennt sie irgendwo eine serne und innen drin haben wir 32 also wir haben hochsommer hier haben wir immer noch die 32 grad im kühlschrank und die 14 grad im tiefkühler das geht zum moment bis runter geht wie sehen wir hier sinkt ein ausgefronsten aquarium meter weiter habe ich hier den füllstand hier drin ist kältemittel drin und hier sehe ich jetzt dass der tiefkühler oder wir haben ja nur ein kühlsystem das kühlsystem hat jetzt ein temperatur auf dem kältemittel von 0 grad damit kann ich den tiefkühler kühlen könnt ihr vergessen die temperatur muss also runter nur bei 32 grad innen temperatur ist das eigentlich normal jetzt muss man hier die rahmenheizung ablöten dann funktioniert er nicht mehr irgendwie lösung muss mit dem kunden finden er will in die ferien als der neue besitzer will in die ferien und heute noch und es ist kurz vor feiert feiert tag also erster august das ist ein heiliger feiertag in der schweiz wir werden eine lösung finden hier verlinke ich euch ein video kältemittel stand prüfen und ich wünsche euch einen schönen tag